Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs wehtun. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Tut weh. Tat weh. Hat weh getan. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich tue weh. Du tust weh. Er tut weh. Wir tun weh. Ihr tut weh. Sie tun weh. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich tat weh. Du tatst weh. Er tat weh. Wir taten weh. Ihr tatet weh. Sie taten weh. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe weh getan. Du hast weh getan. Er hat weh getan. Wir haben weh getan. Ihr habt weh getan. Sie haben weh getan. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich tue weh. Du tust weh. Er tue weh. Wir tun weh. Ihr tuet weh. Sie tun weh. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich täte weh. Du tätest weh. Er täte weh. Wir täten weh. Ihr tätet weh. Sie täten weh. Den Schluss macht der Imperativ. Tue weh du. Tun weh wir. Tut weh ihr. Tun weh sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb wehtun. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Und das Spy relaxing. Wir gehen bis zum nächsten Video, gehen ran 후кие Reормungszeiten. Bis zum nächsten Video, noch mal, beim Jaём esuur. Bis zum nächsten Video, wenn wir wieder ein paar loyal. Bis zum nächsten Video, посмотрим nach der Seele Šule. Bis zum nächsten Video, ich weiß zum nächsten Video. Vielen Dank.